Der Sportverein Innsbruck trifft auf eigener Anlage auf den SC Imst. Der Kampf um Platz 7 lockt bei fast winterlichem Wetter nur 35 Zuseher in die Wiesengasse. In den letzten Duellen hat der SC Imst das bessere Ende für sich und auch diesmal gehen die Oberländer verdient mit 1 zu 0 in Führung. Thomas Moser kann in der 41. Minute SVI-Tohmann Dominik Bichler bezwingen. Marco Klingenschmid erzielt in der 45. Minute das 2 zu 0 für Imst. Nach der Halbzeit kann der SVI, bei dem diesmal der Trainer Hans Globoniak nicht dabei ist, nicht zulegen und kassiert zwei weitere Treffer. Mit dem 4 zu 0 Erfolg überholt Imst den SVI und liegt jetzt auf Platz 7 der Tabelle.